Hey liebe Zuschauer, Ostern steht wieder vor der Tür und was kann man Leckeres zu diesem Anlass zaubern? Ich habe hier eine kleine Idee und habe das Ganze auch schon umgesetzt. So soll das Ganze am Ende, ich hoffe mal erkennt es natürlich, so soll das Ganze am Ende aussehen und wie das Ganze gemacht wird, zeige ich jetzt in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.